Du hast die Möglichkeit, entweder aktiv zu sagen, okay, das ist eine Herausforderung, daran wachse ich und ich suche mir jetzt ein Umfeld, die das genau gleich sieht oder du hast die Möglichkeit, dich in deinen Problemen zu wälzen, auf Deutsch gesagt, zu sagen, wie scheiße aktuell alles ist, zu sagen, wie blöd das Ganze ist und auch dann ein Umfeld zu schaffen, die genau die gleiche Röhre, also genau das Gleiche sagen und den gleichen Dreck bespielen. Hi, der Mitch wieder hier. In diesem Video möchte ich mit dir über dein Umfeld sprechen, beziehungsweise was es bewirken könnte und meine Erfahrungen, wenn du dein Umfeld veränderst. Vor meinem Urlaub war ich bei einer ganz tollen Firma, die Firma EKD Energiekonzepte Deutschland, eingeladen, um hier einen Speaking-Gig bei ihrem Quartalsmeeting abzuhalten. Das sind ungefähr so 1300 Vertriebsmitarbeiter und ich möchte dir einfach mal von diesem Tag berichten beziehungsweise von diesem Umfeld berichten und wo ich wieder gemerkt habe, es ist so unglaublich wichtig, das richtige Umfeld zu haben. Ich kam also zu dieser Veranstaltung, du kannst dir also vorstellen, bei 1300 Leuten, die zu dieser Veranstaltung gekommen sind, war es kein kleiner Raum mehr, sondern es war wirklich ein großer Saal und ich merkte von Anfang an gleich, hier sind Menschen, die auf Erfolg gepolt sind. Es sind Menschen, die mehr aus ihrem Leben möchten und die statt sie, ich nenne, ich mache das, ich zitiere jetzt mal, die keine Mi-Mi-Mi-Leute haben, sondern die powerhafte Leute haben, die wirklich wortwörtlich Erfolg für sich im Gehirn programmiert haben und ganz straight geradeaus gehen, egal welche Herausforderungen aktuell am Markt sind. Und glaub mir eins, wenn du aktuell im PV-Bereich unterwegs bist, also im Solar-Bereich, ist die Herausforderung und die Möglichkeit gleich groß. Ja, die Strompreise steigen, jetzt könntest du dir möglicherweise denken, ja Mitch, aber ganz ehrlich, ist ja total einfach, jeder will ja gerade, wenn du Hausbesitzer bist, eine PV-Anlage, jeder möchte das ja haben, das ja ganz einfach zu verkaufen. Da gebe ich dir auf der einen Seite recht, jedoch ist die Herausforderung zum einen Mal, dass die Firma EKD nicht günstig ist, sie haben wirklich hochqualitative Produkte und damit natürlich automatisch auch, wenn du hochqualitative Produkte hast, bist du recht teuer. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass aktuell durch die Lieferketten-Systematik, durch das zu wenig Handwerker im deutschen Markt vorhanden sind, gar nicht so schnell gebaut werden kann, wie verkauft werden kann. Zusätzlich ist es bei denen noch so, dass die Speicher, die sie teilweise schon verkauft haben, jetzt nicht mehr lieferbar sind und somit der Verkäufer wieder zum Kunde gehen muss, obwohl er schon eine Unterschrift bekommen hat und ihm jetzt klar machen muss, hey, du musst für das gleiche Produkt von einer anderen Marke 2.000 bis 5.000 Euro mehr bezahlen, weil das vielleicht noch den einen oder anderen Gimmick hat, obwohl du die Unterschrift schon hast. Also du siehst, es sind doch aktuell die eine oder andere Herausforderung, die wirklich sehr, sehr schwierig ist. Nichtsdestotrotz, die Vertriebler, die ich dort erlebt habe, haben null über die Probleme gesprochen, sondern ausschließlich über die Herausforderung. Sie haben nicht darüber geredet, wie scheiße das aktuell ist, sondern sie haben nur darüber geredet, wie sie es gemeinsam schaffen, diese Herausforderung zu lösen und wie trotzdem geil die ganze Situation ist, weil sie zumal ein geiles Produkt haben, weil sie nun mal eine tolle Firma haben und weil sie nun mal Leute in ihrem Umfeld haben, die genau das Gleiche wollen, nämlich Wachstum, Mehrwert schaffen, dem Kunden wirklich etwas Gutes tun, also helfen, um in dieser Krise, was die Ukraine bzw. die Stromsituation gerade anbetrifft, dass ihre Kunden aktiv sich dagegen wehren können. Und auch du, meines Erachtens, hast genau die gleiche Möglichkeit in deinem Business. Völlig egal, wo du gerade bist, du hast die Möglichkeit, entweder aktiv zu sagen, okay, das ist eine Herausforderung, daran wachse ich und ich suche mir jetzt ein Umfeld, die das genau gleich sieht oder du hast die Möglichkeit, dich in deinen Problemen zu wälzen, auf Deutsch gesagt, zu sagen, wie scheiße aktuell alles ist, zu sagen, wie blöd das Ganze ist und auch dann ein Umfeld zu schaffen, die genau die gleiche Röhre, also genau das Gleiche sagen und den gleichen Dreck bespielen. Kannst du dir jedoch vorstellen, wenn du diese Menschen in deiner Umgebung hast, die ständig dir sagen, wie schlecht, wie blöd, wie dumm es alles ist, dass das unglaublich viel Energie kostet statt Energie gibt und kannst du dir auch vorstellen, wenn du Menschen in deiner Umgebung hast, die ständig nur die Herausforderung suchen, die ständig intrinsisch wachsen möchten, die ständig mehr von leben wollen, dass dich das mitreißt? Ich war dort zwei Tage und ich habe wieder festgestellt, dass mein Umfeld genau das Richtige ist, weil ich merkte diesen Spirit, ich habe ein kleineres Umfeld, du kannst dir vorstellen, wenn 1300 Menschen genau diese Energie haben, da gehst du natürlich noch geladener nach Hause und denkst dir nur, genau so muss eine Firma sein und genau das führt dazu, obwohl die Firma erst vier, beziehungsweise viereinhalb Jahre ist, heute schon über 1000 Mitarbeiter haben und nächstes Jahr möchten sie noch mal 1000 Mitarbeiter einstellen, also sie wollen noch mal doppelt so groß werden, das binnen einem Jahr. in einer Situation, wo sie noch nicht mal wissen, ob die Lieferketten komplett gegeben sind, aber auch hier sagen sie nur eins, wir haben eine Herausforderung, die gibt es zu lösen. Schau du doch bei dir, in deinem Umfeld mal nach, was ist das, was ich hier in meiner Umgebung habe? Ist es jemand, der mir Energie nimmt oder ist es jemand, der mir genauso wie ich ihm ständig Energie gebe, dass ich in der Bewegung bleibe und die Dinge positiv sehe als negativ. Mich würde es interessieren, welches Umfeld du hast, also schreib es in der Kommentare und viel Spaß mal beim Nachgucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.